Der letzte von uns Handlung 20 Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde, wird Joel, ein hartgesottener Überlebender, angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer unterdrückerischen Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, da beide die USA durchqueren müssen und zum Überleben aufeinander angewiesen sind. Neun Jahre nach der ersten Ankündigung, dass sie einen Film aus dem Videospiel The Last of Us von 2013 machen würden und sieben Jahre, seit diese Pläne gescheitert sind, bringt Sony das hinterhältige und gruselige Survival-Horror-Spiel nun im Januar 2023 zu HBO, mit einigen bekannten Namen helfen. The Last of Us spielt im Jahr 2033, 20 Jahre nachdem die Weltbevölkerung durch einen Pilzbefall des Gehirns dezimiert wurde, der seine Opfer zunächst heftig wahnsinnig und wild macht und später ihre Augen zerstört, was sie zwingt, die Echo-Ortung zu verwenden, um sie zu finden Menschen, und reißen ihnen die Kehle auf. Hier ist alles, was wir bisher über die mit Spannung erwartete Anpassung wissen. Es wird jedoch auch erwartet, dass die Serie die Geschichte des Spiels erweitert, einschließlich anscheinend einiger Elemente, die zuvor aus dem Spiel entfernt wurden. In einem Interview im Juli 2020 mit dem Webcast Must Watch von BBC Sounds sagte der Mitschöpfer und Autor der Serie, Craig Mason, über seinen Naughty Dog-Mitarbeiter an der Serie, Neil Druckmann, An einem Punkt sagte er, du weißt du, es gibt eine Sache, über die wir im ersten Spiel eine Weile gesprochen haben, und dann erzählte er mir, was es war, und ich dachte, Gong, okay, toll, das geht rein. Das müssen wir machen.